Ich seh sie direkt da. Da ist die Spinne. Was denn? Wann ist sie hier draußen? Da! Gut, äh... Spinne ist das große Gebiet. Wo ist Sven? Hier. Ach da. Warum ist Sven jetzt zwei Punkte? Ich war gerade eben zwei Punkte. Du bist drei Punkte bei mir jetzt. Ach halt die Fresse. Sven ist ein Paul Greeter-Film. Sven, ich hab fast Ben gemessert. Du hast mich gemessert. Ja okay, du bist mir auch reingerannt. Ach so, okay. Entschuldigung. Oh Mann. Der Brücke 2. Stoßung stoppen. Für dich in beiden! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hab ich dich gemessert oder der Hund? Ich weiß nicht, ob der Hund mich gemessert hat. Okay, lass den Brücke gehen. Wasser Teufel. Du wirst mir die Brücke nehmen. Für die vornehmen, Leute. Wenn wir nen Headshot kriegen in der Zeit. Wer hätte Sven auch einfach reinschicken können. Hehehehe. Kanonenfutter. Was denn? Was willst du Sven? Du sagst, das willst du? Oh, aber... Da hinten ist ein Raben aufgeschreckt. Ich weiß nicht, ob wir da waren. Wo? Da, da hinten? Da hinten bei dem Haus. Ach, da beim Haus. Ja. Können wir nicht vorstellen, dass wir wegen unseren Schüssen jetzt so weit? Kann ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Steckt mir schwer vor. Aber du kannst ja auch überhalten. Wir laufen erstmal weiter. Wir werden schon früh genug mitkriegen, wenn Sven tot ist. Mach hier Pumps wieder. Ich seh sie direkt da. Da ist die Spinne. Was denn? Wann ist sie hier draußen? Da. What? Sven baller mit drauf. Mach doch. Mach doch. Sven. Immo oder Spieler? Spieler. Wo? 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 Ja, von rechts. Ich wurde gewischt. Gewischt? Ich weiß, ich seh den nicht. Oh shit. Ah, Futter. Oh scheiße. Fuck. Ja, it's rewind time. Ich weiß, ich seh den nicht. Oh shit. Ah, Futter. Oh scheiße. Fuck. Ist Sven auch tot? Ja. Ja, Sven ist auch tot. Sven ist auch tot. Bereit für die Jagd. Wir sind auf jeden Fall im Batscheugebiet und bleiben wahrscheinlich auch hier, ne? Ja, das bringt beides nichts. Der Schlechter ist dann das Schwierigste, oder? Der Batsche ist das Schwierigste. Ja, gut, ja. Ist auch ne... Ja, okay, der kann echt nerven. Der kann nerven, aber der ist nicht das Schwierigste, würde ich sagen. Einige haben Probleme damit, aber... Auffass... Es gibt ja... Ich ist so ne Mitte ну, würde ich sagen. Achso Ja. negative Oh Gott! Hinter mir, hinter mir, hinter mir! Ich renn grad rein. Ich bin tot. Spieler Nummer... Eins. Weg hier weg hier weg hier weg hier weg hier weg... Weg 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 Wegwek weg 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 weg... was passiert hier? Das sind Imbos. Imbos und Hiffe. Hinter mir war der. Genau der. Der da? Einer ist da noch. Ja der in rot. Hör auf! Sven! Oh Gott Sven! Ich bin jetzt gar nicht. Hast du ihn? Alter wie kriegt diese brenne Leute weg? Leute Leute rum oder so. Ja der weiß wie ich ruhig bin. Ja. Ja geil. Ja Sven ruhig. Ich bin tot. Ja ruhig. Ja. Es ist Rewind Time. Oh Gott Sven! Ich geh jetzt nicht. Fuck. Hast du ihn? Ne. Halt ne er läuft noch. Ne da ist er. Der weiß aber noch nicht wo ich bin. Alles gut. Ne fuck das war er nicht ne? Ne. Alter wie kriegt diese brennende Leute weg? Ich glaube der läuft rum oder so. Kann nicht sein ja. Ja er weiß nicht wo ich bin. Fuck. Ja. Ja. Ja geil. Fuck. Ja Sven ruhig. Ruhig ruhig. Ich bin tot. Ja ruhig. Fuck. Nein. Ah man. Warum war ich so voreilig. Stufe 1 fick mich hart. So Nachtmap. Nice. Und Einzelvertrag. Nice. Und Einzelvertrag. Nice. Da finde ich auch krass mit diesen Frauentexturen so. Hat es alles vor deiner Zeit nicht gegeben Sven. Ne. Ne. Frauen gab es vor Sven Zeit nicht mehr. Okay. Die Weiblichkeit kam mit Sven. Hehehehe. Ja wie. Er schreckt sich so oft schon hier. Okay bei meiner aller ersten Aufnahme da war ich auch mega angespannt. Ja klar. Aber ich meine allein bei Spinne da ist man sowieso angespannt beim ersten Mal. Ah ok. Wir hatten zwei Hand Reactions das war immer so. Das war jedem so. Weißt du du warst aber auch nicht ungefähr von so. Ne. Was ist das? Weißt du. Achso. Es ist glaube nur. Enten oder? Enten. Ok. Mach weiter. Ja. Weißt du ja nicht. Ne alles gut. Nur der Kontext. Was ist das? Das sind Enten Sven. Hehehehe. Hier gibt es so viele Monster aber Sven erschreckt sich von Enten. Enten können gefährlich sein. Immo immo immo. Sven leise weggehen. Ok. Da nicht raus Janik. Da ist nämlich der immo. Ja ja. Hat ja auch nicht vor. Gut. Komm hier wieder her. Oder. Hier durchs Gebäude. Komm hier rein Sven. Ja. Tür zu. Leise Sven. Rede erstmal auch leise. Ok. Ganz leise. Finde ich aber gut. Ich finde das aber gut. Aber hier ist ein Tor auf hier bei mir ne. Mhm. Hier könnte schon jemanden besucht haben. Frage ist nur. Sind die Toren eigentlich immer zu. Oder können. Sind sie mittlerweile auch mal offen. Dass das Zufall ist. Hier ist auch offen. Ähm. Generat. Wollen wir mal machen oder? Nein. 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 Ja gut. Da ging alles geht los. Hehehehe. 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 Alle können sagen wie so richtig geile Special Effects haben oder so. Ja da passieren Special Effects. Alle rennen auf sich los. Oh. Alle rennen auf den Generator los. Ja. Ja. Geil. Nein du musst sagen auf Sven. Damit kriegt er mehr Angst. Hat er mehr Respekt davor. Hehehehe. Er wäre wahrscheinlich stehen geblieben um zu gucken ob irgendwas passieren würde. Ja. Warte auf Special Effects. Hehehehe. Hehehehe. Oh Mann. Also wie Jannik und ich einfach gleichzeitig so. Nein. Hehehehe. 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 Ähm. Was denn? Was denn? Was ist ähm? Red dich aus. Ich hatte gerade irgendwie einen Grafikfehler. Hast du Pink gesehen? Ne. Bernds Waffe flog in der Luft. Immo ist da auch. Nicht dahin gehen. Wo ist da? Pink. Da ist ein Immo. Okay. Da wo es brennt. Okay. Hehehehe. 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 Da. Nicht dahin gehen. Hier. Wo bist du? Ja hier. Hehehehe. Stimmt. Ich vergesse es. Hehehehe. Hehehehe. So ich hab. Wo haben wir die Irre? Ah Station wie ich dachte. Und dann kam auch Schüsse weg. Oh Mann. Sven. Ich will nicht wissen wie oft Sven schon in diesen drei Aufnahmen, in diesen drei Runden Oh Mann gesagt hat. Ja das sagt er mittlerweile echt oft. Ja. Fröhlich. Fröhlich hat er gesagt ja moin. Jetzt sagt er oh Mann. Ja. Das ist das neue ja moin. Hehehehe. Oh Mann. Vor allem immer so so richtig trocken so oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ja so richtig ich hab keinen Bock mehr weißt du. Ja. Ich will gar nicht mit euch aufnehmen aber oh Mann. Hehehehe. Ja wir spielen Hand. Oh Mann. Hehehehe. Sven ein Tipp äh wenn Leute auf sich zu rennen nicht in der Hocke bleiben. Oder so. Nicht in der Hocke bleiben? Ne weil die schießen mit dem Gewehr erst immer so auf Brusthöhe und wenn du in der Hocke bist ist es genau Gesichtshöhe. Ah ok. Da sind Janik und ich auch oft genug schon angestorben. Ja. Man muss ein bisschen man muss halt immobil bleiben. Ok jetzt geht die Action langsam los. Wir haben wahrscheinlich auch noch gewartet bis andere kommen oder so. Hm. Also ich schätze mal die werden nach Osten gehen. Oder? Ne. Alles ist eigentlich quasi gleich weg für die. Ja. Wir sehen es gleich. Ja. Die werden gerade laufen die auf uns zu. Mhm. Muss nichts heißen. Ne muss nichts heißen. Laufen die? Die sind vorbei. Ja wir müssen los. Ja GG. Direkt verkackt. Sag ich ja. Haben wir es wieder baiten lassen. Oh man. Ich glaube ich sehe den Ausgang. Ja ich sehe den Ausgang auch. Ah wie scheiß gepanzert. Ab in die Action. Die können nämlich nicht weg so lange wir da sind. Ja die wollten wir kommen. Die sind auch da. Wir sind auch da. Wow. Einer ist tot Sven. Oh krass. Wer ist bei mir? Okay. Okay Bernd ist doch ganz hinten. Warte hier war gerade ein Spieler. Ja dann warte hilf mir nicht Bernd. Ja ich bin tot. Ja ich bin tot. Ja ich konnte nicht weg. Wenn ich hier laufe dann. Sind beide da. Einer war auf der anderen Seite von dir. Ja da. Die ist nicht. Das hilft dir nicht. Kannst du das aufheben. Sind weg? Ja die werden gleich sofort weg sein. Hinter der Scheune quasi. Hinter dem rechts. Du musst näher ran. Du musst näher ran Bernd. Mhm. Links von dir. Ja jetzt hast du das unterbrochen. Genau. Links. Genau. Und der anderen kommt rechts. Der andere ist rechts. Der andere ist rechts. Ah fuck. GG. Das war Hunt Showdown. Vielen Dank fürs einschalten. Hoffentlich habt ihr als solch so bisschen gefallen. Und das war die erste Trio Runde. Lasst es uns wissen, wie es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal oder bei einem anderen Projekt haus rein. Ciao. Tschüss.